Willkommen, ich habe wieder was ganz Feines für Sie und zwar ein Sofa Elegance von Tommy M. Thomas Macheike in Stofflederkombi Blau. Das ist ein Stück, das kommt aus, das ist ein Musterstück, also wurde gebaut aus internen Gründen, hat das Haus nicht verlassen, vielleicht ist es der erste Prototyp. Elegance zeichnet sich aus durch Softness, Weichheit, Sitz, Armteilkissen, Rücken, alles soft, richtig zum Kuscheln, zum Reinlegen, zum Wohlfühlen. Und deshalb hat man hier auch eine Stofflederkombination gemacht, Korpus unten und Seite in Leder, alles was den Körper berührt, Sitzkissen, Rückenkissen, Armteilkissen in Stoff, einfach damit man es bequem hat. Ein Sofa zum Leben. Sie können hier übrigens alles wegnehmen, mit Klettverschluss gemacht, bis auf den Sofa und können es dann auch sauber machen. Eine tolle Sache, ganz hochwertige Füllungen hat das Sofa, ich mache es gerade mal wieder komplett, dass es schön aussieht. Hat ganz hochwertige Füllungen, gesteppte Daunenmatte, gemischt mit Schaumstoffstäbchen, was ganz Hochwertiges. Das hält auch, da haben Sie viele Jahre Freude dran und Sie können mit diesem schönen Sofa noch ein tolles Einzelstück kombinieren und dann haben Sie einen Wohnwert im Zimmer, der Sie sicherlich über Jahre erfreuen wird und auch Ihre Freunde und Bekannte begeistern wird. Elegance von Tommy M., ein Musterstück, Sofa einmalig für Sie, wird mich freuen und Tschüss.